Juhu! Geld! Geld ist immer gut. Alter, das waren mal eben, glaube ich, 200. Mehr als 200. Kranker Scheiß. So, au, was ist hier? Nichts. Oh Mann. Wer baut da ein Gitter? Das macht doch gar keinen Sinn. Egal. Vielleicht für die Ästhetik einfach. So, was haben wir hier? Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Lufat ist ein Messer. Lufat ist ein Messer. Monger. Ja, ich bin ein Lied. Nein! Nein! Ah, das ist ein Bum. Ich liebe das. Wow, was war das? Was will der denn? Ah, ich brenne. Aua. Fiss mich. BAM! Direkt in den Schädel. Auch, wow, 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 wow! BAM! Oh, wollte ich gar nicht, wollte schießen. Was ist das? Okay, dann. ha ha habe ich selbst in die luft gejagt oder hatte er sich selbst in die luft gejagt mehr oder weniger lockt pick lockt pick ist immer gut araben wollte ich doch verwenden verdammt jetzt habe ich es verdröhnt egal mussten schloss knacken so da kümmert die sich immer kurz drum bitte sie schon erledigt so was haben wir denn hier drin erst mal ein box dings hier neue hosen meisterschütze erhielt den schaden bei kritischen treffern um 50 prozent wenn die gesundheit sehr gering ist erhitzt sie beim töten von feindengesundheit ich glaube ich bleibe dabei das ist eigentlich dann sah der sergeant mich an und sagte in ihrem stammbaum gibt es ein zwei tippis oder junge diese lüge dieser rufmord hat mich von da an stets verfolgt von diesem tag an nannte mich keiner mehr seinen kameraden erst als ich die tippis mit den squaws darin niederbrannte betrachteten sie mich als ihresgleichen nur blut kann ja ich muss eben mal kurz gucken was mir das hier bringt bitte sehr ah ne 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 moment da komme ich auch so ran super was für eine landung respekt haben wir darauf irgendwas da ist sonst auch nichts das war auch eine knappe landung gut da ist nichts ist hier unten irgendwas noch runter was haben wir hier derzeit nicht derzeit bräuchte davon auch nichts derzeit bin ich ganz gut abgedeckt sag ich mal weiter geht hier das zeug erforschen alter das ist ja auch ein riesengroßes gebiet ne also wo war ich schon fotostudio war ich noch nicht comstockhaus ist das ziel victory square war ich memorial gardens war ich magical melodies war ich glaube ich auch schon ich glaube ich bin hier lang hier bin ich rein und dann hier lang hier der kleine abstecher und dann jetzt hier lang das heißt ich bin bald wieder am start angelangt so so zack oh mein gott das sieht oh oh na dann war das böse von mir ich glaube ich habe da gerade schutzlose gekillt ernsthaft frottel idiot sehr gut mein schild fängt genau ein scharfschützen schuss ab ok ok wtf revolver revolver munition machen wir das mal aus kurz gesundheit ist voll ja brauche ich hier alles gar nicht oh ok cool gucke ich mir gleich an erst noch mal einen kurzen klick draußen werfen ja gut das ist nicht so viel weiter hier mehr vom besten habt ihr das gehört? ja die ist tot die ist tot ja gut heute nacht schlug der prophet gegen seine politischen gegner los er predigt gnade aber 40 menschen liegen heute tot in anonymen gräbern oh wenn es einen menschen gibt der der gnade unwürdig ist dann ist es mein mann doch als ich jenseits aller vergebung stand bot er sie mir trotzdem an wie kann ich jemanden die vergebung verweigern wie kann ich jemanden die vergebung verweigern der sind mir so liebevoll gewährte oh gut hier werden wir dann soweit fertig ja sind wir hier fertig dann können wir das gebäude hier verlassen er ist fertig fertig ich warte hier unten hopp hopp und ab so so warum komme ich mir gerade so klein vor ist das normal ich will hier nicht runter fallen ne da komme ich nicht dran vorbei gut hopp und war da ist hier noch irgendwo ein scharfschütze ich sehe nämlich keinen ah hier kann ich noch runter das wird natürlich auch noch kurz gemacht cool hab ich noch nicht gesehen dass da ein ding war ein lockpick so jetzt wärst du wohl so freundlich bin dabei so dann gucke ich mir erstmal an was da hinter der Tür ist Geld ist immer gut nach wie vor raus okay okay alter die raben sind echt übel okay das bringt mir hier scheinbar gar nix cool lasse what the fuck ist das jetzt schon wieder okay ja mehr gibt es hier offenbar nicht dann fehlt hier noch was nein so dann dann ja da brauche ich an sich doch nix deswegen lasse ich das jetzt einfach mal speichern mir das oh cool was ist das ah Panzerfaust habe ich voll so wo sind wir hier ah okay wir sind wieder am Anfang gut damit hätten wir die beiden schon mal abgehakt gleich zwei Gänge das ist gut aber es gab noch einen dritten und zwar hier lag und zwar wieder so ein wunschbrunn gebets dingster bumster hier warte da warte da wusste ich es doch ich unterbreche mal kurz die Aufnahme so ich bin wieder zurück ähm genau hier waren wir gerade durchsuchen durchsuchen ja mit dem ganzen Zeug oh cool gleich drei na dann mal schauen was haben wir denn hier kennen wir das schon look back at opening day ja ich glaube das können wir schon ich lasse trotzdem mal durchlaufen ja das kannten wir schon aber ich weiß auch nicht welche wir schon haben deswegen einfach alle ja das kennen wir auch schon oder ja klar ups oh Gott jup Washington to Comstock stand down we stand behind the prophet ja genau da standen die ja wirklich hinter dem Propheten wir müssen zu Comstock raus so Entschuldigung da musste ich gerade noch antworten was haben wir hier we we from the so called union hm hm tja Pech so ja kannten wir auch schon kannten wir alle schon finde ich zwar ganz gut dass die mehrfach kommen aber ist dann mitunter ein bisschen nervig wenn man die wirklich schon hat ach so das war's hier sch...